Musik Für jeden einzelnen Christen ist es wichtig, dass er mit anderen Christen verbunden ist. Und da ist ein schönes Bild dafür, ein Puzzle. Ein Puzzle hat eigentlich ein paar sehr interessante Aspekte, die uns zeigen, wie der Leib Jesu, das Volk Gottes, zusammengehört. Weißt du, es geht um ein großes Bild, das aus vielen, vielen kleinen Teilen besteht. Und alle Teile sind wichtig. Kein einzelnes Teilchen darf fehlen. Wenn du ein komplettes Puzzle hast und ein einziges Teilchen fehlt, dann sagt jeder, der sich das betrachtet, schon nach wenigen Augenblicken, huch, da fehlt ja ein Teil und er sieht dieses eine Teil, was fehlt, dieses eine Loch und eigentlich ist das ganze Puzzle wertlos. Jeder Einzelne ist wichtig. Jeder Einzelne ist absolut notwendig. Ohne den Einzelnen ist das Bild nicht komplett. Wenn wir als Kinder Gottes unseren Platz im Leib Jesu nicht ausfüllen, dann hinterlassen wir eine Lücke, die niemand anderes ausfüllen kann. Es bleibt ein Loch. Eine andere Botschaft des Puzzles ist, dass wir alle miteinander verbunden sein müssen. Alle müssen ineinander irgendwie hineingreifen. Alles muss irgendwie zusammenpassen. Du kannst nicht einfach so die Teile lose hinlegen, sondern es muss richtig zusammenpassen. Da ist eine Interaktion, da ist eine Notwendigkeit, dass wir als Christen zusammengehören. Wie Bausteine. Die Bibel sagt, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus. Einzel, aber Glieder voneinander. Und weißt du, jedes einzelne Puzzlesteinchen für sich allein ist eigentlich vollkommen wertlos. Das große Bild, von dem es einen kleinen Ausschnitt trägt, das kann man gar nicht erkennen. Es macht überhaupt keinen Sinn. Es muss mit den anderen zusammen sein. Von daher ist es sehr wichtig, dass wir als Christen Gemeinschaft haben, Zeiten miteinander verbringen, gemeinsam den Herrn preisen und loben. Wie auch immer das aussehen mag, in welchem Rahmen das auch immer aussehen mag. Aber es ist wichtig, dass du als Christ nicht alleine bist, sondern dass du mit anderen Christen echte, reale Gemeinschaft hast. Und deshalb ist die Botschaft eines Puzzles, jeder Einzelne ist wichtig. Erst alle zusammen ergeben das Ganze. Keiner darf fehlen, auch du nicht. Und du bist wichtig für das Reich Gottes, für den Leib Jesu, für das, was der Herr tun will. Gott hat mehr für dich. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!